Ja, ich bin's wirklich. Wir stellen fest, wenn man den Bart abnehmen wollen würde, würde man dieses Gerät benutzen. OneBlade von Philips. Das Ding funktioniert richtig. Das ist ein Gerät. Würde ich ohne Bart besser aussehen, würde ich mich jetzt jeden Tag rassieren. Eigentlich ist ja dem Ding alles gut, abgesehen davon, dass es mir die Haare aus dem Gesicht geschnitten hat. Der ist geil. Und mit Aufsatz und ganz einfach drauf zu machen. Und mit Runde. Philips OneBlade. It's your thing. Do what you wanna do.